so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ja wir sind heute in tschechien ob ihr es glaubt oder nicht und ja wir werden heute mal hier ein bisschen im ausland zünden zum beispiel so und ja wen habe ich denn hier so dabei ist schreibt einfach mal euren namen rein ja wir haben wir noch so hier büro check und guter self-made fireworks und ja leute guckt euch mal die location an also richtig edel dann würde ich mal sagen gucken wir uns erstmal an was ich mit habe und dann fangen wir einfach an kauf los zu böllern ich hab's gesagt und man sieht richtig viele artikel hier raucht schon geiles wetter und ja ich habe natürlich auch ein bisschen premiums dafür mitgebracht auch so was hier und ja guckt mal hier so rein werde ihr jetzt alles mit der zeit alles sehen habe ich mich gerade doppelt gesprochen und ja würde ich sagen fangen wir an naja ihr seht auf jeden fall hier noch mal ausgebreitet was ich so mit habe auf einer ganzen fläche sieht auf jeden fall richtig sexy aus oder erotisch hier auch schöne kubis so schön viele artikel ich bin ja mehr so der büro fan also fangen wir mal mit irgendwas an was richtig schön knallt oh ja ja guck mal hier ein wipper 3 von pyrotrade vielleicht kann der was ja da kann was gucken uns mal ein wipper 3 den ich nicht treffe jetzt auch ja super ok gut vorgestellt richtig schön monotoren ja so muss das und die ist aus ja der war auf jeden fall richtig laut krank ich habe big bang von keine ahnung also es ist ein einzelner aus ja ja schau ich mal Tom ja ja die sind ganz ordentlich das fliegen aber irgendwo im schnee das ist schon ein bisschen piepen jetzt hier hier von komet mit einem a-böller oder da erstmal was ist das denn? kolossaluit hier nen komet A noch grün schön gewandelt aber schon mit roter Pest mal gucken was der kann bestimmt nicht so viel süß aber der hat geschnipselt das war geil auf jeden fall alter komet ich weiß selber nicht wie alt ist noch schön zugestopft aber das sieht man gar nicht du was macht denn ihr? sieht man nicht wohin? ok ja ich machs mal hier hin mal gucken was der macht und das war drei schlag Klassikler 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 Flashbang von Veko oh ja war so schön ich warte kurz aber es gibt jetzt gleich nen Color Salute was sind denn die Color Salute? ok ok ah da oben lol ja ich hab mir jetzt aufgedacht lol aber du war nice naja jetzt gibts hier so Color Salute richtig schranzig richtig schranzig aber schön druckvoll auf jeden fall hier gleich noch einen ja mach ich den Fader ja hier jo ha 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 au so ja ich will mal mit dem Böllercheck ein bisschen warte 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 werfe hier wir wissen nicht von welchen Hersteller aber ich bin mir nicht sicher aber ich glaub Triflex Triflex eine wunderschöne 45mm Scheiße eine wunderschöne 45mm Shell und zeig mal jawoll Windcracking jawoll war geil nehm nimm mal das hier hier in dem Ding hast du hier den Veku Kanonschlag soll ich gleich mal anziehen mach mal ja neulich für eine Promotion für den Böllercheck ich hab ausgesetzt das Feuerzeug noch mit ja warte richtig edel auch noch mit Funkenflug müsste sehr so sein also ist es ja quasi aber Kalaschnikow gewesen oder? ne ne ok aber die Kalaschnikow sind genau eigentlich so dasselbe machen wir gleich noch den zweiten hinterher hier der mich hier so anlächelt warte den mach ich hi 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 hier sieht es auch schon richtig gut aus jo der Schall war ja nice so jo das ist irgendwas was das ist ne koloss das ist ne koloss aus dem Sinn ich wollte ein Stück weiter weg hier nicht ich wollte aus dem Sinn ui hi 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 das ist ne red hawk von veco die macht sowieso denke ich mal nicht viel also denke ich mal obwohl leute machen wir es mal so hier so das können wir jetzt lustig werden jo joh ein Zeus ein Zeus ein Zeus einfalt das jetzt oder? ja ich brauch mal also ob es geht wohl nichts mehr hier warte vorsicht ne Veku Plop Rakete weeper und vergaß mein brenner ich wollte mir gerade zu halten scheiße es wird gerade auch wieder ein bisschen romantisch leute jetzt fängt es an zu schnauern ja da machen sie überhaupt von churro brothers kommt der soll lieben dank dafür jetzt folgt eine richtig sexy aufnahme von dem kann man sagen ach ja und es schneit überhaupt ich bin mir nicht sicher ob man das sehen kann aber es liegt ja schnee deswegen aber ja aber machen jetzt mal davon eine schöne aufnahme jetzt ein color salut extra laut so jetzt ein match cracker wunderschöne alte woche firma kann ich sowieso nicht aussprechen irgendwas tschechisches jetzt kommt noch mal das gleiche teil in silber in der hoffnungs klappt weil unser mörser kaputt ist aber man kann hoffen also ich sag mal so das letzte was uns bleibt ist die hoffnung immerhin besser viel besser jetzt auf einmal auf englisch so gezündet vom bolacek der einzig wahre schöner schütteffekt woher hat man doch schon aufgenommen glaube ich ja naja das ist auf jeden fall eine goldene habt ihr ja vor uns bestimmt schon gesehen war aber eher silber ok jetzt auf jeden fall hier noch mal zum zeigen schönes geräusch und los und das war tatsächlich ein rohrkürpierer wie angekündigt aber das sieht auch ein bisschen romantisch aus so ich hoffe nicht dass du noch irgendwelche shells hast weil jetzt haben wir kein rohr mehr der hat noch zwei oder drei jahre schmerzen 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 so jetzt bin ich mal hier so austin ich muss meinem armen richtig strecken wir haben jeden fall richtig geiles swetter erwischt also es hat zwar immer mal geregnet das ist keine ahnung was aber wie gesagt also gerade mit diesem schnee und dieser location ist wirklich richtig schön und ich lasse meinen kern fast fallen ja also wirklich so weit so gut und der beller check vernichtet hier irgendwelche geheim akten ja na gut machen wir weiter jetzt ein dummen mittel ich habe überhaupt immer schön mit dem englisch von daher macht spaß keine sorge schwer den weg und er hat wirklich geleuchtet und da ist eine kleine shell also hier in tschechien spielen die gefühle verrückt auf jeden fall und ich hoffe auch bei dem space trüster weil so ein teil scheiße kann mir mal ja okay team work genau der ist die stelle abgurten als alles andere was ich je gesehen habe ich schnell das einfach alter jungen aber sie das sind so geil ja in welche richtung sich ja in der wald soll ich festhalten und dann hochwerfen oder möglichst wenig angriffsfläche genau einfach wegwerfen schön weit in den wald so machen wir einfach so schön nacheinander was und er so weiter geht es verrückt in tschechien eine maiti von weko die dreht immer sonst wo hin junge obwohl werf gleich weg weg oder und noch ein versuch wir haben es gerade keine raketen verändert oder sie beeinflusst in ihrer flugbahn ja ich würde sagen wir machen einfach weiter ja ist immer mitgelegen alle bitte weg sollte voll geil jetzt jetzt kommt eine zeitlupe auf jeden fall und boom einmal knallen ein euro 6 50 wie weit will denn der noch unter ach mann warte ich mach dir einen Alter, ich bin taub. Alter, ich hör grad wirklich nichts mehr. Aber halt der zweite war ein Stück heftiger, ne? Ja. Also meiner sozusagen. Kalloser Loot, wenn's scharf wird, bleib, natürl. Schöner Quackling Regen. Magnum 2. Relativ alt, 2012. So, warum hast du denn das noch mehr? Aua! Falscher Brenner, der geht ja natürlich nicht. Oh, hier, guck mal an. Alter! Junge! Junge! Guck mal, gute Top-Qualität, man. Das fällt alles raus. Ach du Scheiße. Das ist gute Qualität. Das ist gute Qualität. So nimmt man Knallabdent aus. Boah! Scheiße! Oh, ich bin wieder richtig begabt, Leute. Niko A-Böller in der Luft jetzt, ne? Und die Schnipsel. So, jetzt Big Flashing Thunder 2. Rot zuerst. Rot! Rot! Riecht krass, der Zolliger. Das ist Violett. Jo! Dann Gold oder Gelb? Also der Zolliger ist mal krank, aber die Sterne bleiben nicht so lange. Dann Blau. Und zum Schluss dann noch früh. Blau sieht man gar nicht jetzt. Und zum Schluss noch früh. Riehn! Junge. Riehn! Riehn! Da, seht ihr's? Scheiß Rohr-Camper, Alter. Die sind so geil. So, jetzt ein Rambo. 31K. Sorry, dass ich ein bisschen verwackel. So. Wir werden jetzt auf jeden Fall versuchen, hier den Karton zu sprengen. Und der Karton ist Geschichte. So sieht das hier aus. War schön mit dem Karton. Hat Spaß gemacht. Aber jetzt ist er leider kaputt. Schade. Ja. Und jetzt gibt's wieder eine Nahaufnahme von dem Tuono Gold. Hier ist er. 20. Ja. Stell scharf. Ich bitte um Koordinanz. Die bitte um Koordinanz. Wär doch scharf. Da. Prachtexemplar. Geil. Jo. Läuft. Jo. Warte, warte, warte. So. Selbst mit Fireworks YouTube wird es den letzten Artikel machen. Und zwar einen Thunder Kong Double Demolition. Hier seht ihr es. Und ja. Dann war es auch schon mit der Tour. Und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Oh, ciao. Aber leider nicht so laut. Scharf. Bis zum nächsten Mal.